Bei mir sind jetzt Ed und Jack für die friendly Fires. Welcome! Thank you, thank you very much! Was gefällt Ed und Jack am besten, wenn sie Festivals spielen? I don't know, I guess the chance to breathe in some fresh air. Die frische Luft, also meistens ist sie ziemlich frisch. I mean, there are certain festivals in the UK, where there are... There are festivals in England. There are festivals, where the Luft is quite dense. There is maybe so really gross, like a bit of a beer. There comes Jack right from the Killdance in. There was a hammer line-up, but I think they could have a few Duft-Bäumchen uphängt. Jack means, at best right, Lebensgrosse. Can we also friendship with other bands in the backstage? Not if you're a civilian. Not as a civilist. I mean, yeah, I mean, you see the same people around. Du siehst immer wieder die gleichen Leute. Wir sind gestern gerade an The Horrors ran gelaufen und die Mega Beasts trifft man auch jemanden. Aber da triffst du dich, hängst ein wenig ab zusammen, schaust vielleicht noch eine Band und dann heisst es wieder Tschüss. You hang around, go and see some stuff. And then it's goodbye. It's quite odd seeing sort of Aloe Black strolling up. Mit dem Aloe Black sind wir mittlerweile recht gut befreundet. Und es ist schön, zwischendurch mal wieder eine richtige Konversation zu führen. We operate around a different caliber of person these days. Okay. You guys know each other very well since school. Wir kennen euch schon seit der Schule. Kann jeder etwas Spezielles über den anderen erzählen? Something special about each one of you? Something funny maybe? Pfff. Der Jack ist ein grossartiger Cricketspieler. Well, I wouldn't say I would be great. I would. He is most recently named the man of the match the last time we played. So I think that speaks volumes. Das bedeutet, der Schweizer Zuschauer vermute nicht so viel. Aber bei uns ist Cricket ganz gross. Und ich bin ein Maestro. Nicht wirklich. Aber ich spiele gerne, wenn ich dazukomme. Und Ed? I don't know. Ed is quite a good painter actually. Er ist ein sehr begabter Maler. So yeah, more paintings please, Ed. Was für Bilder macht er denn? Er taucht seinen Körper in Farbe und rollt über riesige Leinwände. Die Bilder laufen super auf Ebay. Das wäre gut, um die Band finanziell unterstützen. Das ist eine Art Nebenjob. Die Musik zeigt den Nebenjob und die Malerei seine erste Liebe. Okay. Do you play all these Festival-Konzert-Games Machen ihr auch so Publikum-Spiele, klatschen und rumgumpen? I mean, a bit of gentle clap your hands doesn't go down badly. Ein bisschen klatschen geht immer. Aber ich glaube, a wall of death passt weniger zu uns. I think that's some way, you know, away from what we're up to. Was können wir dann von eurer Show erwarten? The first wall of death ever. Normalerweise können wir eine Stunde spielen. Da haben wir aber Chancen, um uns ein ganzes Set zu bringen und alles zu spielen, was uns gefällt. Und vielleicht sogar noch mehr, als die Leute eigentlich gehören wollen. Beyond what people might want to hear. We're looking forward to. Yeah, I mean. Thank you. Have fun. Thank you very much. Bye. Bye. Cheers. Bye. Junge exception honour reb Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020